...so viel vornehmes Volk zusammentrifft. Wo ist dein Respekt? Für euer freundliches Erscheinen auf diesem Schlachtfeld hier. Und es ist zwei Meter groß. Ja, hab ich gehört. Er kann Männer zu 100 noch bringen. Und wer da bei uns? Hier kommt nur was frei, Männer zu kämpfen. Mann, ey, ich sollte mich lange dann fertig machen, ey. Ich müsste was von meinem Körper tun. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah! Was mach ich mir eigentlich? Ich bin doch hier der Stärkste! Also, ich soll mich jetzt beeilen, sonst warten die wieder alle auf mich und sonst denke ich so, ich geh jetzt mal duschen. Also, jetzt hab ich mich frisch geduscht und so mach ich mich meistens fertig. Die anderen werden wahrscheinlich wieder auf mich warten, aber sind sehr gewonnen. Oh, 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 oh. Also, so eine kleine Show-Einlage, um sich aufzuwärmen. Jetzt zeige ich euch einen Trick, und zwar, wenn man sich die Haare macht. Aber den dürft ihr nicht weitersagen. Also, man nehme einfaches Gel. Normal aus der Tube, gibt es überall zu kaufen. Kostenfaktor, ich denke mal so 1,50. Ne? Dann nimmt man so ein Handtuch. Dann tut man hier Gel in das Handtuch rein, in eine Herzform. Ja, ist ein bisschen wenig drin, muss noch alles rausholen. So. Erstmal das. Und dann nimmt man hier von L'Oreal dieses Fix. Naja, das habe ich auch schon vorbereitet. Jemand hat es schon für mich auch gemacht. Nehmt davon eine Prise. Und du es auch noch ins Handtuch mit verreiben. Und jetzt ganz wichtig das Muster. Ihr schreibt jetzt einfach ein großes S und ein E in dieses Muster. Und jetzt passt auf. Sensationell, sensationell. Ich würde sagen zum Nacken. Also. Wenn man alle Darschläge befolgt, sieht man am Ende genauso gut aus wie ich. Naja. Ich würde sagen fast. Folgt mir mal runter ins Wohnzimmer. Ich glaube, mein Besuch müsste gleich da sein. Naja. Naja. Ein bisschen Musik brauchen. Naja. Also. Mach. Lazy aus. Lazy aus. Schm洅. Lazy aus. Pこちら aus. Schmione aus. Und das Sonne aus. hey eklic imahe buhrum apai du imahe buruma euer leu mene raud ja Juh! Ich bin ja mal die Spanade, das ist mir egal. Wenn ich jetzt noch nicht da bin. Hey! Hey, ich bin der Jungs! Hey, ich bin der Jungs! Hallo, ich bin der Jungs! Ich bin der Jungs! Ja, ich bin der Jungs! 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 Das ist das, was ich. Was das mich nervös und mich so etwas in dieser Zeit interessiert? Was haben wir? Haben wir kaff? Ja, aber es kann man kaffee. Es kann man da. Was man hier? Wie kann man da sein? Nein. Wo ist das? Wir haben uns das. Wo ist das? 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 Das ist das Fantome? Ja, Mann, ich auch, Mann. Du kommst genau richtig auf Kaffee, Alter. Hi, hi, Sascha. Sascha am Kauf. Immer, 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 Sascha. Immer, immer, Sascha. Hey, ich hab's noch viel. Sag mir immer mehr, ich hab's noch. Ja, ich hab's noch. Und? Heute Abend geht was, Jungs? Was ist los? Schon ewig nicht mehr unternommen zusammen, ey. Wenn du die Uhrzeit kommst, hättest du mich mitnehmen können, hätte ich schwitzt. Was ist bei dir? Ach, man lebt halt so. Arbeiten, Fußball. Ja, klar. Alltag, wie du weißt. Klar, kenn ich alles, kenn ich alles. Der Job läuft ganz gut. Sag, ihr habt gehört, ähm, ob es beschnitten waren letzte Woche? Ich hab gehört, zweitemal. Ich hab gehört, zweitemal.